Hallo und herzlich willkommen im Hobbykeller, ich bin der Bob und willkommen zum FAQ Video zu der Bluetti, was ich noch vor dem Anschlüsse Video jetzt mache, weil ich bin ziemlich gut eingedeckt wurde mit Kommentaren, Fragen und auch Bemerkungen zu der Box. Was ich total cool finde, ist, dass die meisten wirklich gecheckt haben, dass es mir hier nicht einfach nur um eine sinnlose Produktvorstellung geht, sondern tatsächlich um die Sache, weil das eben eine gute Kombination ist. Und da kommen wir auch gleich zum ersten Punkt. Ich habe mir heute ein bisschen was aufgeschrieben, damit ich nichts vergesse. Ich habe im ersten Video gesagt, für mich hat diese Box keine Schwächen. Und da kam gleich der Kommentar, nein, man kann aber bei dieser Box keinen Firmware-Update machen. Habe ich gar nicht gewusst, dass man das braucht, mag sein, kann sein. Und es gibt Boxen, die können noch viel mehr. Vielleicht gleich an dieser Stelle, wenn ich sage, etwas hat keine Schwächen, dann heißt das ja nicht explizit, es hat nur Stärken. Natürlich gibt es noch Boxen, die viel, viel toller sind, noch viel, viel mehr können, noch viel, viel mehr. Keine Schwächen bedeutet, ich hatte bis jetzt Boxen mir online angeschaut oder vielleicht auch eine mal bekommen, die einfach Schwächen aufweisen, die für mich einfach das so bitteren Beigeschmack haben, dass ich sage, da ist es aber in gewissen Gebieten nicht einsetzbar. Und für mich ist die Box grundsätzlich erstmal ohne Schwächen. Das heißt, für das, was ich will, da zählt nicht Outdoor, Regen und Wildnis, sondern für das, was ich will, eben keine Schwächen. Schwächen heißt nicht nur Stärken. Jungs, das müsst ihr einsehen, das ist logisch, ja? Gut. Dann der zweite Punkt, der ist mir ganz wichtig, kann man denn so eine Box im Blackout-Fall nicht direkt am Balkonkraftwerk betreiben? Nämlich, dass man hier den Einspeisewechselrichter, der dann hier an die Steckdose geht, den steckt man hier an, oder? Dann könnte man... Nein! Nein, auf keinen Fall! Die Frage ist so wichtig, dass ich daraus ein eigenes Video gedreht habe. Und bitte nur an dieser Stelle, ich mache euch das Video irgendwo hin, nochmal schauen. Grundsätzlich, nein, das geht nicht, weil das ist ein Output, das ist ein reiner Output, das kann nur Strom abgeben, nicht aufnehmen, wenn ihr da was ansteckt, macht zum Zweifelsfall peng. Dann habt ihr einen Blackout, nicht nur einen Blackout, sondern auch nicht mal einen Speicher. So. Wie gesagt, dazu wird es ein eigenes Video geben. Das ist so, die Frage ist so komplex und auch so wichtig, wie ich es finde, das mache ich nochmal ein separates Video. Dann ist die Frage aufgekommen, ja, wie lange hält denn der Speicher, wie groß ist denn, was kann man denn damit machen? Laut Hersteller, ich habe es noch nicht gemessen, 537 Wattstunden. Bedenkt bitte, da geht ein Puffer ab. Also man kann nie alles entnehmen. Es gibt Hersteller, die geben die Nettoentnahme, die man wirklich entnehmen kann. Reserve ist extra. Machen aber die wenigsten, ich gehe jetzt mal davon aus, dass es da auch nicht ist. Also die, was weiß ich, da können wir vielleicht 480 oder so entnehmen. Was sind denn jetzt, machen wir es mal rund, 500 Wattstunden, was sind denn 500 Wattstunden? Na ja, wenn ihr ein Gerät habt, was 500 Watt verbraucht, dann geht das eine Stunde. Dann habt ihr 500 Wattstunden verbraucht. Nach einer Stunde wäre es peng, alle. Kennt ihr diese kleinen, die es jetzt überall zu kaufen gibt, für 25 Euro, diese kleinen Heizstrahler mit 500 Watt. Eine Stunde ran, aus, dann ist alle. Andererseits, habt ihr einen Laptop, den ihr mit 50 Watt laden wollt, dann würde das natürlich, brauchen wir zwei Stunden, haben wir dann 100 Wattstunden aufgeladen, 50 Wattstunden die Stunde, dann hält der Akku 10 Stunden. Würde man dann über die Nacht kommen. Wer lädt über Nacht sein Laptop auf? Eher dann nachts Licht oder so. Ihr könnt natürlich dann, und das ist eben halt der Riesenvorteil, das ist das, was ich bei der ersten Box, die ich mal vorgestellt hatte, echt bemängelt hatte, das war eben so eine Schwäche. Ihr könnt hier laden und entladen gleichzeitig. Das heißt, ihr könntet euren Laptop laden mit 50 Watt und gleichzeitig dann aber auch mit Sonnenenergie aufladen. So. Ungefähr so. Jetzt könnt ihr euch das ausrechnen. Wie ist das jetzt mit 150 Watt? Ihr meintet, rechnet euch das nicht aus, ne? Das ist klar. So. Da kommen wir gleich zum nächsten Punkt. Ladung. Was geht denn hier maximal an? Weil der Hersteller schreibt nämlich auf die Seite irgendwas mit 400 und sind Peakwerte, okay? Ich lese euch jetzt mal vor, was ich gerechnet habe und dann was der Hersteller angibt. Also, ich muss das mal hoch hier. Das ist für mich der DC, das ist der AC. An DC würden gehen 12 bis 28 Volt bei 8 Ampere. Dann nochmal 28 Volt bei 8 Ampere. Dann wären das ja 224 Watt. Das heißt, das könnte man an ein 224 Watt-Panel ranhängen, oder? Jetzt ist wieder die Frage, kann ich es überdimensionen? Kann ich ein 260 Watt-Panel ranhängen, damit ich die 200 Watt möglichst oft erreiche? Das habe ich noch nicht ganz herausgefunden. Und an den AC kann ich ranhängen 12 bis 28 Volt bei 10 Ampere, also 280 Watt. Der Hersteller wiederum gibt an, 200 Watt PV und 200 Watt AC, also 400 Watt in Summe. Und ja, das geht. Ich kann tatsächlich beides laden. Also, wenn ich jetzt Turboladung bräuchte, kann ich ein Solar-Panel hier ranhängen und gleichzeitig noch die AC-Ladung. Schaut mal, wenn der Blackout mit Ankündigung kommt. Oder ihr, keine Ahnung, vorm Camping ladet das Ding halt voll oder so. Ihr wisst schon, was ich meine, ja? Gut. Das ist übrigens das, was der Hersteller angebt. 200 und 200. Also mit 200 Watt könnte man laden. Wenn man jetzt tagsüber hier im Krisenfall 500 Watt entnehmen will, könnte man mit 200 Watt nachladen. Man würde also auf Dauer trotzdem den Speicher entladen. Aber es geht. Das ist ja schon mal, das ist ja das, was eben nicht mehr die Schwäche ist. So, dann haben wir die Frage gehabt, wenn das jetzt hier dran ist, ist das jetzt ein MPPT-Laderegler. Das kann ich schon mal jetzt spoilern. Ja, es ist ein MPPT-Laderegler. Ich habe das draußen schon getestet, als die Sonne mal geschienen hat. Das war jetzt in der letzten Zeit echt selten der Fall. Und ja, ich habe da das 100 Watt Solar-Tronics-Modul rangehängt mit den neuen Busbars. Hatte ich ja in anderen Videos auch schon mal vorgestellt. Da habe ich ja 96, Watt rausgeholt aus einem 100 Watt Panel. War auf jeden Fall extrem gut. Und ja, auch hier über 90 Watt gesehen. Also schön. Hat mir gut gefallen. Wie gesagt, ob man da überdimensionieren kann und so, das würde mich noch interessieren. Da bin ich nachher am rausfinden. So, dann war die Frage, nicht nur, wie groß ist der Speicher, sondern hält der. Und er hält gut. Also ich habe jetzt hier, ihr seht jetzt hier, jetzt geht es nur noch hoch bis auf vier Balken. Wobei natürlich, das war auch wieder so, ja, da ist nur eine Prozentanzeige im 20-Prozent-Bereich. Das könnten ja noch einzelne Prozent-Schritte sein. Können Leute als Schwäche sehen? Für mich war es eben keine Schwäche. Wie gesagt, ich habe gesagt, für mich hat es keine Schwäche. Aber ja, es sind immer nur diese Schritte. Jetzt ist hier ein Balken mittlerweile weg. Wobei ich nicht weiß, ob sie knallevoll war. Aber grundsätzlich hält das stabil. Das ist schon mal nicht schlecht an der Stelle. Es ist ja auch kühl hier unten. Okay. Und dann haben wir die Sache, wie teste ich jetzt demnächst. Das möchte ich jetzt einfach an der Stelle mal ganz kurz spoilern. Und zwar habe ich vom Hubert Herrmann, liebe Grüße, an der Stelle nochmal bis der Beste, dieses Teil hier bekommen. Das ist so ein, das machst du einfach ans Handy unten ran. Tust du es dann in die Handyhülle rein, an den USB-C. Also das ist ein USB-C Anschluss. Und dann kann man hier sozusagen das Wireless Charging betreiben, damit ich das auch testen kann. Wireless Charging funktioniert. Mit dem Teil, glaube ich, irgendwie so um die 5 Watt oder so. Ich habe aber einen Spätzle schon dran gehabt mit dem iPhone 12, glaube ich. Der hat es draufgelegt, 12 Watt. Also es geht. Ich liefere aber die Zahlen noch. Es kommt das Video mit den Zahlen. Jeder Anschluss wird getestet. Und wenn wir bei jeder Anschluss wird getestet sind, dann habe ich mir dieses Spezialkabel hier besorgt. Und dieses Spezialkabel hat hier eine LED-Anzeige drin. Das heißt, man kann im Kabel sehen, was gerade an Strom fließt. Spoiler auch an dieser Stelle. Ich sage jetzt noch nicht, wie stark geladen wird. Aber die Zahl in diesem Ding entspricht der Zahl am Display. Das ist schon mal echt cool. Das heißt, ich habe mir tatsächlich schon wieder Zeug organisiert, damit ich diese Box auch wirklich so vernünftig testen kann, dass es auch wirklich dem gebührt, weil sonst ist es nur hingewurschtelt. Und ja, also danke trotzdem für die Fragen und für den Input. Ja, also es ist jetzt, an Kritik wächst man, an Fragen kann man auch wachsen. Also es ist etwas, wo es positiv vorwärts geht. Habt ihr noch Fragen, dann schreibt sie bitte unten in die Kommentare, weil dann kann ich es im nächsten Video mit einbasteln. Und dann haben wir hoffentlich das Ding rund. Und wir werden dann, ihr werdet sehen, Ladung über PV, Ladung über AC, die Entnahme an jeden einzelnen Stöpsel. Und dann haben wir das Ding perfekt durch. Und dann könnt ihr euch ein Bild machen, ob diese Powerstation was für euch ist oder nicht. Ich finde sie cool. Ich benutze sie regelmäßig und es ist nach wie vor so cool. Jeder da sieht Wireless Charging. Oh, cool. Das ist immer noch, immer noch. Ja, also sie kommt im Bekannten- und Freundeskreis echt gut an. Ist halt, hat auch nicht jeder. Schleppt auch nicht jeder so ein Stein durch die Gegend. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.